Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal. Heute malen wir eine Pizza. Ja, jetzt malen wir erstmal einen Kreis, der nicht komplett geschlossen ist. So, den Kreis hätten wir gemacht. Ja, und jetzt müssen wir noch eine andere Sache malen. Also einen Bogen da drin, hier so. Ja, und dann ist den so. So, das wäre gemacht. Und jetzt müssen wir das Pizzestückwurm rausnehmen, dafür noch machen. So, das wäre gemacht. Und jetzt müssen wir, also jetzt müssen wir noch so Tomatensoßen ran machen. Ja, und jetzt müssen noch Ecken rein. So, das hätten wir auch gemacht. Und jetzt müssen wir noch Salamischeiben machen. Ja, das haben wir gemacht. Und ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren. Ja, und dann sehen wir uns später wieder, weil ich mache heute noch ein paar Videos. Weil das sind jetzt eben kürzere. Und wir werden es auch mit der Zeit immer länger. Ja. Und hier ist nochmal der Plan. Ja, und das sind die Uhrzeiten. Zwischen 17.30 Uhr und 19.00 Uhr kommen meine Videos. Ja, okay. Dann sehen wir uns später wieder. Ciao. Ja.